Keine Tore, aber ein zweiter Ball im Spiel Bochum gegen Schalke. Die Statistiken zu dem zweiten Ball, sehr interessant, die Bochumer schlagen die zweitmeisten langen Bälle. Davon sind sie auch am zweitbesten, was den Erfolg angeht. Und was Luftzweikämpfe betrifft, ist Bochum an zwei und Schalke an vier. Gewinnen tut aber Bochum mehr, hier in Tabellenplatz 7, interessanterweise Schalke nur an 16. Deswegen wird der zweite Ball in diesem Spiel extrem entscheidend sein. Die beiden Zielspieler der Mannschaften bei Bochum, Hoffmann mit der beste Zielspieler aufgrund seiner Größe in der Liga, auf der anderen Seite frei. Jetzt zählen wir die Spieler, wir gehen von Bochum aus mit der Offensive. Hier haben sie 1, 2, 3, 4, 5 Spieler in der Offensive für einen langen Ball. Schalke stellt dagegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die Bochumer haben in diesem Bereich einen Spieler weniger als die Schalker. Schauen wir uns die andere Richtung an, sprich, was passiert, wenn Schalker einen langen Ball schlägt? Stehen dagegen 5 Spieler der Bochumer in der Kette, aber nur 4 Schalker-Spieler. Auch hier, minus 1 für die Schalker, aber, und das ist ganz interessant, was die Schalker in dieser Situation machen, Sie schieben teilweise einen der Sechser hier mit nach oben rein oder sogar, wenn die Außenstürmer ins Zentrum reinschieben, kann es immer wieder passieren, dass deren Außenverteidiger aus diesem Raum nach langen Bällen hier mit nach vorne schieben. Und wenn das passiert, ist ganz schnell zu erkennen, dass sich die Spieleranzahl für Schalke so verändert, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die zweiten Bälle zu bekommen. Also schaut in diesem Spiel extrem darauf, wer bekommt die zweiten Bälle und schreibt mir euer Ergebnis in die Kommentare.